ich muss ja hochladen aus dem Hammer der Schule da hat man ja genug Zeit ja schon hat er nicht Zeit was war das bei Bulldog so Hallihallo Leute und Herzlich Willkommen zum zweiten Part von Terraria heute nur mit dem Max Hallihallo einige irgendwie nicht da ist ok ich habe eine geile Idee wie wir den Typen nicht mehr aus dem Haus rauslassen wir bauen uns jetzt einfach hier zu in der Nacht was ist denn jetzt mit dir los gewesen so jetzt kommt er nicht mehr raus und wir kommen aber rein und keine Zombies können den killen was mit der Tür die er bauen und jedenfalls Max killt Zombies mit seinem Holzschwert echt ja ich habe gerade eben Holzschwert gebaut und ich glaube ja hier ist Wasser ich war in der Welt noch gar nicht unterwegs habe ich gerade gesagt ich habe gedacht oh man ich sehe nichts oben ist der Moment wir gehen erst mal Farm runter so bist du am Haus ah warte ich muss erst mal da er klauen Party join ja ist mal blau oder rote mach egal auch nicht so rote Walli ach komm oh hier war what the fuck ich muss hier was fressen rein ins Haus Max im Haus können die uns nichts glaube ich ja können sie uns noch mal eine Mine ja ja das will ich vorschlagen hast du gehört ja in Noten habe ich dort mein ganzes glaube ich ja ich mache daraus alles Wudenplattform oh hier hinten schon mal eine Ecke hört man das was meine Eltern da rumschreien ah ich hab doch schon Ambus gebaut oder was ist das gestern warte doch mal da ist ein Zombie rein hinter dir ist ein Zombie Walli fick dich ich war dann noch einer wie kommen die hier rein tot wie kommen die alle hier rein ach die kommen alle so rein und hat sie von uns zugebaut ja ist gut so toll jetzt ist der Guide hier toll scheiß Teil komm grab mal hier rein dass der Guide da verschwindet ganz ein Zombie Style genau wir bauen hier so eine Höhle für den Guide Max warte mal geh mal da rein ich baue den Guide mal ein mach dich mal aus dem Weg 3 2 1 so gut ok wir dürfen da unten nur nicht sterben weil sonst wie wir runterkommen weiß ich nicht Max von Holz links du rechts ja als bekannte Taktik na wenn wir hier mal grad noch fahren können wir ja mal ein Thema ansprechen also ja ich würde mal ein Thema vorschlagen Witze oder sowas in der Art warte mal Max warte mal ja genau ich würde mal vorgesetzen erzähl mal einen tollen Witz Max ich Witz ja ähm 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 geht ein Kind mit dem Vater in den FKK Strand sagt die Tochter oder das Kind und hat gesagt ey Papi was hast du da unten dran naja das ist mein Entchen das ist mein Nest das sind meine Enteneier ja ja okay danke Papi legt sich der Vater hin und nach dem Mittag macht der Vater auf und fragt das Kindchen Kindchen was hast du dann gemacht naja das Kupfermann das Entchen im Nest rum gespielt ja und auf einmal hat mich das Entchen angespuckt dann habe ich den Entchen den Hals umgedreht und die Eier aufgeschlagen und das Nest angebrannt ja den kenne ich echt? ja hab ich dir schon mal erzählt gell nein den kenne ich so oder so der ist alt ja was gibt es noch davon mit? ja ich hab also geht ein Freund das erste Mal zu den Eltern seiner Freundin gell was ist hier denn? oh ich ertrinke ich weiß nicht wo ich bin ganz unten ach das krieg ich auch grad mit komm mal hierher jetzt krieg ich Schaden ja jetzt ich bin tot Max du solltest eigentlich mal leuchten aber Anson du warum läufst du erstmal da oben rum? leuchten ja leuchten na Max bleib mal da ich kann einfach reinspringen hä warum ist denn der Guide jetzt wieder oben? wird der gekillt oder was? der Typ ist wieder in unserem Haus der fällt anscheinend wieder runter gleich so blöd wie der ist so wo bauen wir uns weiter da drüben oder was? wo bauen wir uns weiter da drüben oder wat? was bringt uns das? oh scheiße boah was bringt uns das? oh scheiße sonst nicht weil doch du lassen du lassen hier mal mit n Sprungluft ja hast du Tommy gehört? ja noch ein bisschen müssen wir ablassen hm scheiße du wirst einfach runter springen hier ist noch Wasser hab ich jetzt ganz vergessen was die Art von Schwul ist jetzt ich wollte es mitbringen ach kannst machen ich lass hier ein bisschen Wasser ab ne ich hab nen Witz jetzt noch ich weiß gar nicht wann wir angefangen haben aufzunehmen ist jetzt scheißegal hör mal einfach 30 auf wird schon klar sein ne also ich hab noch nen Witz also geht ein Freund das erste mal süße Freundin geh zum Elternessen ja und jedenfalls nach dem Essen spür das einen Trank ja ich muss forzen ja gell und dann forzt er erstmal leise aber ein bisschen hörbar und dann sagt der Vater von der Freundin hast du also Hund ja und da denkt der freund sich ach ein Glück der Alte denkt der Hund war es weißt du ja dann forzt er nochmal nochmal aber diesmal ein bisschen lauter und da der Alte wieder hast du und dann denkt er sich wieder das gleiche und forzt nochmal richtig laut und der Alte wieder hast du und dann hast du mach dich weg bevor der Typ dir auf den Kopf scheißt er hat nicht einen Hund gemeint sondern naja den und ich finde ich finde bitte doch mal Atmen mal legen ja das und probiere ich nicht gerade ich glaube das genug wasser abgelassen hat ja nein ist nicht genug oder doch jetzt schon ach immer mal ein bisschen alle haben wir wenigstens wenn wir unten ankommen ein bisschen was nein nicht ablassen oder dass wenn wir unten ankommen ein bisschen Atemlöcher haben Pfeillöcher meinte ich ich rechts zu links ja ja ich häng mir mal ne Fackel auf ja jedenfalls wie ihr seht buddeln wir uns hier runter wir hoffen dass wir was ordentliches finden aber wir finden bestimmt nichts ordentliches ja ab und goldfisch du hast ein goldfisch gekriegt aber auch immer zu essen das schmeckt bestimmt lecker ja wirklich nicht ja besser nicht ich brauche nicht essen hier ist ein bisschen eine kleine Höhle oder sieht das nicht nur so aus nein hier ist eine kleine Höhle na da kann das Leim oh oh ich hab nicht mein Speer egal hier mach ich auch mal ein bisschen Licht drüben ist eine Qualle siehst du das? ja brauchen wir nicht und wir machen jetzt erstmal hier weiter IV bis 30 nehme auf ok Max ja fahr mal noch bis 30 und gern noch irgendwas ja was können wir denn noch erzählen ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben was wir machen da hinten ist auch eine Qualle was wir machen sollen oder erzählen sollen das ist ne Truhe Max die hol ich mir kannst schon mal weiter buddeln ich bin trickistengeil nein meine Kiste und ne Amboss ist da siehst du den? aber ne oder? Amboss da kann man schmieden wie die Schmiede was haben wir denn hier naja die kann ich gleich mal mitnehmen ach komm einfach mal Loot All ein paar Silberborn und ne Kiste naja richtig toll jetzt hab ich ein paar Hermes Boots da kann ich ein bisschen schneller laufen willst du die haben? Max? egal ja komm einfach den kannst dir dann auf Accessoires ziehen wohin? da rechts da rechts Accessoires Equip Social und so und da steht unten Accessoires das ah Alter da bist du ein bisschen schneller weil das noch ne Basis die Homo ja weil ihr heute habt mal Geo und da sprechen wir gerade über Asien ihr sicher auch oder? ja ja und dann ging es dann so wäre die Erde ein Dorf aus 100 Mann zu Worten darinne wenn man das auf die ganzen Kontinente beziehen 15 Afrikaner leben 5 Nordamerikaner elf Europäer neuner Lateinamerikaner und der Rest Asiaten also 60 Stück das ist nicht grad als Trotzkort die Asiaten naja oh da drüben geht weiter die Hülle wir machen hier Street Mining und und die Bevölkerung von Afrika wird bis 2050 auf das Doppelte ansteigen da geht noch weiter die wird's krass ey dann die sich vermehren alle hier geht's noch weiter Max wir müssen gar nicht mal weiter buddeln hier geht's weiter hier ist noch ne Höhle darunter guck mal gucke einer V Licht ja hab ich aufgesammelt da oben liegt noch ne Healing Potion ich guck mal ob's da drunter noch weiter geht ne wir krabben uns hier wieder weiter runter dann wenn wir Lucky Horse also Hufeisen haben können wir uns dann ganz grad einen Gang nach unten bauen weil da kriegt man keinen Fallschaden ja weiter oder warte ich muss noch ein Licht machen da ist noch ein bisschen Kupfer oh Vorsicht Vorsicht ich muss mal meinen Speer nehmen da drückt es nicht rein der trefft genau rein höh ha ha ich hab zehn Leben genau drückt auf H Max drückt auf H ha das das generiert wieder langsam da drückt es eine Höhle oh ach da hat er sich nicht mehr siehst du ich hab über uns zugebaut ja drück auf H Max jetzt hab ich den krank aber dann keinen mehr ich hab auch den Healing Potion genommen deswegen wir haben ja ein Glück durch die wahrsten Healing Potions gekriegt ja deswegen zerstören wir die naja ist ja auch klar dass man in Terrarat die Vasen zerstören muss warte dass sie mich das machen mach ich ab Freustyle gehts hier weiter da unten ne einfach hier weiter grab Max so so die werde ich morgen gleich hochladen die Folge wenn wir uns zeitig was aber leider keine Zeit auch nicht am Tag sie aufnehmen doch halb sieben dann aber aber ich habe ja davor Training noch ja ich habe Mittwoch Training ja kannst du mal wenn du willst mitbringen ja auch nee die ersten Wochen hatte ich erst mal hoch nicht das ist ja das ist ja der 1 da hast du Höhle ja das sehe ich auch du musst aber auch bauen oh Vorsicht ahh was mache ich denn schwimm nach oben die Führung und erzielen hatte der nur noch noch mal Licht ob man nicht ach doch er ist tief ich auch gerade bemerkt warte komm hoch ich brauche drüber wollen uns da rein und dann geht es weiter warte noch mal kurz ein paar wollen wir zwei folgen aufnehmen weil da müssen wir morgen keine aufnehmen was jetzt noch einer warte mal kurz ich muss dann erst mal fragen wollen wir sagen wir machen jetzt erstmal Schluss an dieser Stelle gleich wir machen noch wir müssen die Zeit voll ausschöpfen wenn sie länger wird ist mir egal ich muss sie auch hochladen aus dem Hammer der Schule da hat man ja genug Zeit ja Schuler hat hat die Zeit Hä? Wally? Hä? Was war das? Bei Boulder? Boulder heißt es nicht Minenarbeiter? Okay der Boulder Ja jetzt in meinem Haus kann man auch Tschüss sagen gell? Tschüss und bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Terraria mit Wally und Max Und Wally Tschüssi Tschüss